Es ist nicht nur im Einzelnen voller Mängel, sondern in der Gesamtanlage bis zum Grunde verfehlt. Hier, wo die Sinnlichkeit alles herabzieht, findet sich nirgends ein reines Glück. Alles Edle wird entstellt und verkehrt. Nicht der Sache, sondern dem Schein dient alles menschliche Verlangen. Der unstete Fluss der Erscheinungen duldet kein beständiges Gut. In die finstere Höhle der Sinnlichkeit, in die wir gebannt sind, wirft die lichte Welt der Wahrheit nur flüchtige Schattenbilder. Wenn nun das Denken einen Weg zur Befreiung aus solcher Lage eröffnet, sollten wir ihn nicht freudig betreten? Sollten wir nicht mutig alles von uns werfen, was uns im Reich des Scheines festhält? Es hält uns aber alles fest, was dort als ein Gut gepriesen wird. Schönheit, Reichtum, Körperkraft, angesehene Verwandtschaft und so weiter. So muss der Freund der Wahrheit sich davon befreien. Ja, es vergessen. Die Seele befindet sich im Körper wie in einem Kerker, ja, einem Grabe. Daraus erretten kann sie nur eine gänzliche Meidung von Lust und Begier, von Schmerz und Furcht. Denn diese Affekte schmieden sie an den Körper und lassen sie der Welt des Sinnenscheins volle Wahrheit zu erkennen. Die Affekte beherrschen aber die Seele, solange die gewöhnlichen Schicksale sie noch erregen und bewegen. So gilt es, eine völlige Gleichgültigkeit dagegen zu erringen und das Glück allein in die geistige Tätigkeit, das heißt, in das Erfassen echten Seins zu setzen. Alle Schläge des Schicksals gleiten ab von einer weisen und tapferen Seele, die ewige Güte kennt. Das Beste ist, sich bei Unglücksfällen ruhig zu verhalten und nicht aufzuregen, da weder bei solchen Dingen gut oder böse deutlich ist, noch wer es schwer nimmt, dadurch etwas gewinnt, noch überhaupt etwas von den menschlichen Dingen großen Eifer verdient. Das Beste ist, sich bei Unglücksfällen zu erinnern.